Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel mit dem Dexter. Dexter, Hallöchel und wir sind hier bei einem ganz neuen Projekt. Hast du F5 gedrückt, Cornel? Nein. Das macht man doch, wenn man begrüßt. Entschuldigung. Und dann zweimal F5, guckst du dich von vorne an. Nein, ich will nicht Twitch streamen. Okay, guck mal, da ist mein Cornel-Skin. Ich weiß nicht mehr genau, wer ihn gemacht hat, weil ich einige mehrere bekommen habe. Du hast sie, ey. Lässt dich da, stellst da Leute an und dann weißt du nicht, wer ihr ihr habt. Aber ihr seht, ihr seht, der Skin ist noch nicht perfekt, wenn ich so laufe. Das sieht man jetzt natürlich, weil ich mich jetzt so sehe. Also wenn ihr mir noch einen Skin machen wollt, ihr dürft natürlich gerne basteln und so. Vielleicht nehme ich den. Auf jeden Fall. Ja, ich bin der Buschmann. Ja. Dexter ist der Buschmann. Der heißt The Lincoln. The Lincoln Park. Oh yeah. Guck mal, wie mein Kopf sich dreht. Findest du das geil? Weißt du noch, wie man das Interface ausschalten kann? Das Interface mit F1. Wow, geil. Krass, ne? Das hast du nicht gemacht vorher. So machen wir dann das Thumbnail. Bleib stehen. So macht man das professionell. Boah, stylisch. Dexter und ich spielen jetzt Minecraft Survival Games. Survival? Dabei geht es darum. Geht schon los? Ja. Schnell weg mit diesem F1. Dabei geht es darum, das kennt ihr vielleicht von den Hunger Games, dass man einfach, ja, man muss sich töten. Ah, 10 Sekunden. Komm ich zu der Kiste? Wie macht man das? Man muss Shift drücken, ne? Steuerung. Steuerung. Wie, wenn du Items willst? Steuerung. Dass die automatisch ins Inventar gehen. Das weiß ich nicht. Ich klicke immer alle einzeln an. Nein, ich hab nichts. Nein, aber ich hab's verkackt. Boah, ich hab einen wunden Sword und Rüstung. Ja, ich hab auch einen wunden Sword. Okay, komm, wir laufen hier. Siehst du mich? Kann keine Leute mehr noch nicht töten. Nein, ich weiß, es gibt noch Frieden. Wo bist du? Hier, in der Kanalisation. Wo ist die Kanalisation? Hier, hier, hier. Hände umdrehen, umdrehen. Okay. Hier, hier, hier. Ach da, du hast eine Rüstung. Ja, ja, ja. Klickst du die jetzt schnell an? Äh, du kannst, wenn du die unten in der Leiste hast, einfach mit rechts klicken. Ja. Oder mit Shift und Rüstung. Oh, ich hab einen Eisenbeinschutz. Hab ich gar nicht erkannt. Eisen. Ich hab mit dem, mit dem, äh, Texturenpack hier noch nie gespielt. Scheiße, der Frieden ist vorbei. Ich töte einen. Okay, okay, ich helf dir. Der hat goldene Schuhe. Geil, geil, geil. Okay. Jawohl. Boah, der goldene Apfel. First Blood, würd ich sagen. Ja, hier, nimm du mal die Schuhe. Du hast noch nicht so viel Rüstung, oder? Ich hab Schuhe. Achso, dann gibst du sie mir wieder. Äh, eh, nee, cool. Ich hab so ewig kein Minecraft mehr gespielt. Ja, ich spiel das auch, als die Hunger Games rauskamen, ey. Da hab ich die gesuchtet, die ganzen Sommerferien entlang. Das ist aber auch schon ewig her. Ja. Also, das ist so, wie hieß das? Das Buch dazu hieß, glaub ich, die Tribute von Panem, oder? Richtig. Genau, das ist von den Tributen von Panem inspiriert. Genau. Ja, jeder weiß, was die in Minecraft Hunger Games sind. Ich denke auch, ne? Es geht darum, wir sind hier in der Welt mit zwölf Tributen, und wir müssen uns halt gegenseitig töten. Ja, wir bringen jetzt Bogen, ne? Oh, hast du auch Pfeile? Oh, nee, leider nicht. Und, ähm, hier sind überall Kisten versteckt, die müssen wir suchen, damit wir Ausrüstung bekommen. Und, nee, damit wir gewinnen können. Aber die meisten kennen ja immer schon die Maps auswendig, ne? Ja, ich nicht. Wie Spieler. Nee, ich nicht. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, weil als ich das damit gespielt hab, gab's drei Maps. Die drei ersten. Boah, diese, ich, meine Lieblingsmap ist die Survival Game 4. Kenn ich nicht. Boah, die ist cool. Das sagt mir gar nichts, wenn du mir das jetzt so sagst. Wo gehen wir hin? Ich weiß auch nicht, die heißt halt so, glaube ich. Lass zu dem Haus da gehen, oder? Ja, geh schon mal. Ich hab grad hier noch geguckt, ob hier ne Kiste ist, aber ist keine. Ja, ich bin nur direkt neben dir. Okay, dann zu dem Haus. Hoffentlich ist da noch keiner. Ähm, mit dem Texturenpack hab ich noch nie gespielt. Das ist jetzt auch mein erstes Mal. Da hinten ist einer. Wo? Da hinten. Da, ich seh'n. Wollen wir den töten? Ja, wie? Dass wir da sind? Da ist doch einer im Wasser da hinten. Lass zu dem Haus gehen. Komm, wir dürfen uns... Ja, ich töte den jetzt. Wir dürfen uns nicht trennen. Wo bist du denn? Ich bin auf der anderen... Hier Richtung Haus. Guck doch mal zu mir. Du siehst mich. Hier hinten. Hallo. Andersrum. Andersrum. Anderes Haus. 180 Grad Wände. Ach, da hinten! Ja, hier bin ich. Ach, du warst das, den ich noch gesehen habe. Das ist ein Wasser. Tötet dich. Ich dachte, du meintest, du bist da den Turm oder so. Okay, ich erträg' mich. Töp' dich selber. Boah, wie wir voll jungfräulich sind. Ja, es ist voll cool. Alle so Profis immer. Ja. Ich hab, wie gesagt... Gibt's die drin Fallen? Hoffentlich nicht. Ich spiel jetzt seit ungefähr einer Woche Hunger Games und, äh, beziehungsweise Survival Games und, ähm, ich bin halt noch nicht so wirklich gut. Meine Taktik ist momentan... Hast du vorher nie gespielt? Nee, ich hab das noch nie gespielt. Krass. Ich, und meine Taktik momentan ist immer ganz zum Rand laufen und dann versuchen, so lange Zeit zu ginnen wie möglich. Und dann mit Holzschwert umgebrannt zu werden. Ja, und dann nee. Und dann halt einfach immer versuchen, wenn man Leute findet, die Hinterrücks zu töten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Hinterrücks töten. Ja, es ist wirklich wichtig. Schreibt euch das auf in euer Heft. Ihr dürft einen Fehler bei diesem Spiel nicht machen. Aua! Ihr dürft nicht, äh, Mitleid haben. Das ist so... Das ist auch in den Filmen so ein bisschen der Widerspruch in sich. Wenn du nämlich Mitleid hast, dann bist du tot. Das darfst dir einfach... Wenn du siehst, du bist besser ausgerüstet... Hier oben ist nix. Sicher? Ich hab zumindest nix gefunden. Wenn du dir sicher bist, dass du besser ausgerüstet bist, dann töt ihn und freu dich drüber. Kann man Blätter zerstören? Hier sind aber so... Hier ist bestimmt... Ja, Blätter kann man zerstören. Ja, Blätter kann man zerstören. Hier ist bestimmt irgendwo ne Kiste versteckt. Ja, hab ich auch gedacht. Weil hier sind so viele Klapptüren. Aber nee. Muss es eine geben. Wir sind nur wieder zu doof. Okay, dann gehen wir weiter. Müssen wir akzeptieren. Boah, es ist aber... Da hinten ist einer. Wollen wir nicht töten? Komm. Ja, genau. Der hat bestimmt schon so ein Triple Diamantschwert. Nein. Hier gibt es keine Diamanten. Ah, ich dachte, er wäre Wasser. Was? Wo bist du? Hast du noch genug Hunger? Also hast du Hunger voll? Hast du genug Hunger? Hast du genug Hunger, mein Sohn? Stirbst du gleich? Ich denke, wir müssen euch im Prinzip das Minecraft-Spiel nicht erklären, ne? Ich denke mal, das ist in Ordnung. Also wer jetzt Hackergames echt noch nicht kennt, der hat was verpasst, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele aufstrebende YouTuber, die dadurch groß geworden sind. Also unter anderem dadurch. Ja. Wenn jetzt hier irgendjemand sagt, du benutzt das gleiche Texturenpack wie... Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nämlich nicht. Das Texturenpack wurde mir vom lieben Dreamstar empfohlen. Und auf diese Empfehlung hin habe ich es auch genommen. Wo gehst du denn hin hier? Ja, hier war irgendwo der Typ. Ich wollte den töten. Ja, wo lang gehen wir jetzt? Oh, hier ist eine Truhe. Oh, hier ist... So viel zu bis zum Ende warten. Ich habe... Oh, geil. Ich habe eine... Hast du? ...einen Helm. Oh, cool. Stylischer Kettenhelm, Korn. Könnte man bei mir übrigens auch sagen, ja? Man hat das selbe Texturenpack wie alle. Weil ich Vanille habe. Ja, du bist der Nachmacher. Das ist krass, ne? Hier war gerade ein Mensch. Kann man das Getreide pflücken? Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich nicht. Selbe Pflanze eigentlich. Uns hätte das schon jemand gemacht. Da ist er! Hier ist einer! Hier ist einer! Hier ist einer! Nein, hilf mir! Der hat... Der hat... Okay. Der sieht mich nicht. Sehr dumm. Geil. Aber der hat voll die krasse Rüstung. Egal. Was hat der für ein Schwert? Ein Steinschwert. Hinter dir ist einer! Hinter mir! Hinter mir! Hilf mir! Ich bin gleich tot! Hilf mir! Hilf mir doch! Ich bin tot! Echt? Warum? Da ist einer gewesen, habe ich doch gesagt. Nein! Wir sind beide gestorben. Nein! Wir sind beide gestorben! Oh Gott! Wir sind vielleicht zwei Minuten da überlebt ungefähr. Boah, krasse Map. Krasse Map! Hallo und herzlich willkommen! Da sind wir wieder. Nur eine Kiste in der Mitte. Nein, das sind mehrere. Da unten sind welche und so. Achso. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, aber das ist... Ja, das macht Sinn. Boah, fuck! Ich weiß doch nicht, wo die Kisten sind, Colin! Ja, nimm... Keine Ahnung, nimm irgendeine. Gute Idee! Wäre ich ja nie selbst drauf gekommen. Oh! Eisenschwert, Eisenschwert! Echt? Eisenschwert! Ich habe gar keinen Schwert. Okay, lass uns abhauen. Wo bist du? Hier, ich habe dich. Okay, lauf einfach in die Richtung. Dreh dich dreimal hoch. Da war sie... In die Richtung. Komm, bist du hinter mir? Ja. Okay. Geh mal weiter. Was ist hier überhaupt für ein Terrain? Da hinten? Ist das Leben? Wow, fuck! Krasse Lara-Flüsse, ey. Was ist denn eine Map? Ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. Ich auch nicht. Ey, ich werde dich sowas von beschützen, Alter. Mein Eisenschwert... Da vorne sind zwei Leute, scheiße. Ja, ich habe Eisenschwert, Junge. Die töten sich gleich. Komm, wir laufen einfach hier hinten rum. Wir laufen erstmal nach hier hinten, dann sind wir sicher. Ja. Dann müssen die nämlich erstmal um den Lavasee rum. Vielleicht kommen... Das sind auch ein paar Kisten. Ja, auf jeden Fall. Hier sind wir sicher ein Kisten. Die Riener sind folgt drei. Gut, es ist schon einer gestorben. Ich bin nicht der Erste, der gestorben ist. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. Das ist tatsächlich so, weil vorher ist der Korn ja immer... Das ist tatsächlich der Erste, der gestorben ist, oder? In den Runden, die es nie gab. Die gab es nie. Da ist eine Truhe! Wo? Pass auf, dass niemand kommt. Ja. Essen und... Rüstung. Brauchst du einen Helm? Äh, warte. Ne, habe ich. Ne, hast du. Und du hast eine Krone auf. Ja. Weil ich eine Prinzessin bin. Ja. Pass auf, dass keiner kommt. Hier ist ein Bett. Willst du schlafen, Korn? Ne, nicht unbedingt. Guter Zeitpunkt jetzt eigentlich, oder? Ja. Wir brauchen... Wir müssen immer ein bisschen uns... Da ist einer! Da ist einer! Der hat keine Waffen! Hinterher! Töt ihn! Ich... Ich schneide den Weg ab. Du kannst ihn töten! Du kannst ihn töten! Er hat keine Waffen, glaube ich. Was macht der da? Weiß ich nicht. Der läuft weg. Ach, hier war eine Kiste, aber die war leer. Ich glaube, du kriegst ihn nicht, oder? Ne, ich krieg den niemals. Ich hab die schlechtere Route gewählt. Aber da unten ist noch einer. Oh, fuck. Der hat nur ein Holzschwert. Ja, scheiße. Ich hab... Hier ist noch eine Kiste. Wo ist der Typ? Ah, nur ein Pilz drin. Wo ist der? Beschütz mich. Ich weiß es nicht. Wo? Da, ich sehe ihn. Der hat nur ein Holzschwert. Wo bist du denn? Ich schneide den Weg ab. Da oben steht einer. Wo bist du? Ich bin hier. Ich hab doch keine Waffe. Okay. Der hat mich getötet. Nein, wo denn? Ich werd verfolgt. Wo? Glaub ich. Da, da ist einer, ja. Siehst du mich? Ja. Das sind zwei! Hilfe! Nein, Cornel, warum stimmst du immer als Erster? Wo bist du denn? Weil ich keine Waffe habe. Ich hab ein Holzschwert für dich. Theoretisch. Wow, ich bin voll das gelangt. Versuch die abzuhängen. Boah, ich kann hier. Die haben aber auch keine Waffen. Doch, ich bin gleich tot. Ah, ich wollte gerade die Lava springen. Ich bin doch behindert. Ne, das ist nicht so gut. Siehst du mich noch? Ja, ja, ich sehe dich noch. Sind die immer noch hinter mir? What the fuck? Ja, 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 schnell, renn weg. Ich kann nicht. Du schaffst es, Cornel. Ich springe nicht genug. Du schaffst es. Fuck. Ich sehe dich noch. Das ist doch so normal. Es wird knapp. Ich bin schon wieder tot. Ah, Cornel, scheiße. Ich hatte extra ein Holzschwert für dich. Ich räche dich, okay? Ja, mach mal. Ich räche dich. Da vorne sind die beiden. Mann, Noobs unterwegs, ey. Ah, der hat ein Holzschwert. Töt ihn. Er hat ein Steinschwert. Töt ihn. Nein, ich bin tot. Warum? So hoch. Nächste Runde. Noobs bei der Arbeit. Aber sowas von. Nachdem es jetzt echt viele Komplikationen gab, schaffen wir jetzt hoffentlich noch mal ein ordentliches Match zustande zu bringen. Macht es was, wenn ich jetzt schon Shift und String drücke? Nein, nein, nein. Kannst du. Okay. In dem Feuer sind Kisten? Ja. Na ja, daneben. Ich bin ins Feuer gefallen. Ne, doch nicht. Ich hab mal ein Holz, äh, Ding ins Schwert. Ich hab wieder kein, ich hab wieder kein Schwert. Wo bist du? Bist du ins Feuer gefallen? Nein, ich bin hier. Warte. Der eine brennt. Hier, hier, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Hier kommt noch ein Stein später gegattert, was du da gerade rumgeworfen hast. Echt? Hat nicht geklappt? Ne. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Wir laufen jetzt erstmal in die Richtung stumpf. Boah, du bist aber gut im Springen. Ja, danke. Du bist echt ein Profi mit Minecraft. Ich seh das schon. Ja, ich hab lange. Aber wenn wir mal gut hier drin wären. Boah, das wär krass, ne? Das wär alles krass. Ja, das ist echt. Dann sind die, das ist natürlich noch alles hier geiler. Wenn wir hier wissen, wo die Kisten sind, so richtig bis zum Ende im Zweier-Team überleben können. Am besten wär's eigentlich, wenn wir zu dritt oder so wären. Ist ja immer, desto mehr, desto besser eigentlich. Ja, desto mehr, desto einfacher. Ja. Weil so zu dritt in der Zwölfer-Arena, ist ja schon ein Viertel der Spieler. Ja, das stimmt. Ich hab ja aufgepasst in Mathe. Ach so. So ist ja nicht. Glaub ich dir nicht. Ist aber so. Ich bräuchte noch eine Waffe. Zumindest die letzten paar Jahre irgendwann. Ab und dann. Ich glaube, hier oben ist nix. Ich glaube, es war auch völlig umsonst. Ich glaube, hier oben ist was. Als ob hier oben nichts ist. Komm schon. Wir kommen ja auch nicht hoch. Wir sind hier in der Sackgasse. Fuck, man. Okay, wir haben runter. Ist da oben wenigstens die Kiste? Ah, vielleicht geht's hier hoch. Ja, hier geht's weiter. Wo geht's hoch? Hier muss es eine Kiste geben, hier oben. Echt, das wär sonst. Wir steigen hier den Mount Everest. Im Prinzip schon. Guck mal, in den Wolken. Über den Wolken. Scheiße. Da hoch. Komm. Ah, hier. Oder? Ich, keine Ahnung. Ich bin ja jetzt... Diese Wolke nervt, die hier gerade durchzieht. Da kommt man nicht hoch. Doch. Du bist doch da gerade oben gewesen. Ja, aber nee. Muss gehen. Aber ja, aber nein. Dann bin ich runtergefallen. Du warst doch da gerade oben. Dann muss das gehkordeln. Ja, aber nicht so weit oben. Warum ist das da? Warum ist das da? So, von wo komm ich jetzt hier weiter? Scheiße, ich brauch ne Truhe, man. Hier komm ich auch nicht weiter. Ich schaff das nicht mit dem Berg hier. Ja, komm wieder runter. Ich komm zu dir. Aber stirb dabei nicht. Das wär ne gute Idee, da hast du recht. Hier ist doch ne Kiste. Wo denn? Hast du die nicht gesehen? Nein. Ist ein Steinschwert. Echt? Kann ich dir drüber schmeißen. Ja, sauber. So, warte, ich sprühe mal hier ins Wasser. Beeil dich, beeil dich. So, ich schmeiße das mal hier. Ich gucke erst mal, was ich selbst brauche. So. Ah, ich hab Schuhe. So. Wo ist es? Ja. Ah, fuck, ich hab den Helm wieder aufgesammelt. Hast du noch einen Helm? Ja. Oh, Cornel. Was denn? Jetzt nimm es halt. Danke. Gut. So. Okay, jetzt bist du schon mal ein bisschen ausgerüstet. Es sieht gut aus. Wir haben Schwerter. Wir leben noch. Yeah. Jetzt würde ich sagen, bleiben wir einfach hier. Niemand wird uns finden. Wir werden als Yetis in die Geschichten eingehen. Beim Showdown wirst du dann teleportiert, ne? Ja, aber so weit müssen wir erstmal kommen. So weit müssen wir gar nicht denken. So, dahin sind wir noch. Jetzt sind bestimmt schon alle Kisten weg. Ja, aber so lange hier auf Mount Everest jetzt hier Zeit verbracht haben. Ja, dann gehen wir erstmal zur Mühle. Da hin geht's rein. Geht's rein. Wo? Hier in so eine Höhle. Wenn du schleißt, geht man... Boah, ich hab ne... Oh, ich hab ne riesig volle Kiste. Ich hab ne... Ein Goldschwert ist schlechter wie unser Schleinschwert. Ja, als weiß. Weißt du, ne? Wo bist du? Machst du extra den Fehler. Mach ich extra. Ich hoffe, wir gerade durch so eine Höhle. Da ist ne Kiste. Und da ist noch ein bisschen Apfel drin. Ich hoffe, du stehst jetzt gleich nicht. Ich komme aus dem Loch wieder raus, wo ich reingegangen bin. Boah, ich hab nen Eisenhelm, Alter. Voll lustig. Ah, hier ist noch ne Kiste. Guck mal. Boah, voll viel Zeug hier. Ich auch. Ich hab ne Enderperle. Krass. Jetzt muss ich aber ein bisschen mehr aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Kisten hier verpasse. Ja, wo bist du denn? Das heißt, hier erfolgt. Ich komme hier wieder raus. Ich bin bei der Mühle jetzt. Wo ist denn ne Mühle? Da. Hier. Ich bin doch direkt hier. Guck mal. Dreh dich mal nach rechts. Ah, grüß dich. Hi. Hast du gute Sachen bekommen? Ja, ich bin jetzt voll ausgerüstet rüstungsmäßig, aber ich kann dir auch einfach mal meine Hose geben, dann sind wir ungefähr gleich. Nee, ich hab alles. Mir fehlt nur ne Brust prinzipiell. Okay, dann behalte ich erst mal. Brauchst du Essen? Nee, hab ich. Okay. Nee, dann lass uns mal jemanden suchen, oder? Dann esse ich erst mal einen Apfel. Okay, man kann kein Getreide abbauen. Äh, ich nehm an, das kann man nicht, sonst wäre das ja übelst okay. Sag ich ja. Was ist denn mit der Mühle? Da war ich, glaub ich, schon. Gibt's nichts. Nee, nee. Ach, schade. Aber es ist gut. Wir leben schon länger als drei Minuten. Ja, aber wir haben ja noch keinen Gegner gesehen. Ja, das ist ja das Gute. Hier kam ich raus. Ach so, ja komm, komm, komm. Wir gehen mal hier weiter. Da gab es noch nichts mehr, glaub ich. Ich will nichts verpassen. Aber hier waren zwei Kisten in dem Gang, das müsste ja wohl alles gewesen sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir müssen nur aufpassen. Dass wir jetzt, ja, so ne große freie Fläche ist natürlich gefährlich. Dreierteam auf ner Zwölfer. Ich hoffe, die sind nicht bei uns. Hier ist auch ne Truhe. Hier ist auf jeden Fall noch Essen drin. Okay, dann hol dir das mal. Okay. Wenn jetzt ein Feind kommen würde, würde ich mir in die Hose kommen. Das ist ein Schalter. Wuhu. Das bringt jetzt was? Vielleicht kannst du dann da hochspringen. Komm, hier durch, Mann. Hier ist sauviel Zeug. Was labest du? Warum ist hier so viel Zeug? Ich hab lauf viel Loot eingesammelt. Ja, hier ist bestimmt einer gestorben. Hier ist einer runtergefallen. Hast du ne Brustpanzerung? Sau viel Loot hab ich eingesammelt. Nee, leider nicht. Was ist denn deine beste Hose? Was ist deine Hose? Scheiße, es leben nur noch vier. Echt jetzt? Ich hab voll viel Essen. Ich geb dir jetzt mal ein paar. Die verwünden sich, die beiden Shams. Fuck. Okay. Wir haben verloren. Brauchst du noch ein bisschen Essen, oder? Ich brauch ne Brust. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Komm, den töten wir. Ducken, ducken, ducken. Nee, lass den töten. Was? Nein, der ist doch bestimmt in einer Gruppe. Das sind beide. Nein, das sind... Komm mit, komm mit, komm mit. Dann hetzt mir wieder alle auf uns. Es leben nur noch vier. Komm, komm, der kommt auf mich. Da vorne ist auch einer. Den töten wir. Den töten wir. Der ist alleine. Wir sind solche Loser. Ich bin so ein Noob. Stundenlang versuche ich hier zu rennen. Der rennt zu gehen. Der ist bestimmt los. Hier war grad noch ein anderer. Wir müssen aufpassen. Da hast du auf sich... Ich hab voll ihm ein freiges Lächeln. Wo bist du denn? Wo bist du? Das war ein Holzschwert. Wo bist du? Ach, da oben. Pass auf, da oben war, glaube ich, einer. Guck dich mal um. Ob du jemanden siehst. Ich hab Angst. Ich seh aber keinen hier. Das ist eine freie Bahn. Ich hab noch ein Holzschwert aus der Kiste geholt. Erst mal was essen. Einen Holzschwert brauchen wir nicht. Aber nimm immer mit, dann kriegen die anderen es nicht. Ja, eben. Pass auf, ey. Wenn der hier irgendwo sneakt... Das wär scheiße. Dann haben wir ein Problem. Weil ich will immer mal ein bisschen umgucken. Der ist von mir weggelaufen. Wir müssen auch irgendwo Spieler sein. Ich bin ja... Ja, es leben nur noch vier. Da vorne ist einer. Ich seh einen. Echt? Der läuft hier gerade, da, wo wir gerade waren. Wo denn? Da hinten. Der läuft. Zweierteam ist das oder sogar ein Dreierteam? Es leben nur noch zwei. Achso, das sind die beiden da. Das sind aber zwei Champs. Champs? Was bringt das? Die kommen zu uns. Ja, die wollen uns umbringen. Die kommen in unsere Richtung. Fuck, Cornel. Renn doch nicht zu denen. Klar, wo sind die denn? Die sind direkt vor dir da. Ich seh die nicht. Lug dich doch wenigstens mal ein bisschen. Die kommen da so sneaky um die Ecke. Die kommen gleich von hinten oder so. Die sind da in diese Schlucht reingegangen. Da, siehst du sie? Siehst du die Namen? Nein. Da. Die kommen jetzt da raus. Nein. Was wollen wir machen jetzt? Ich habe eine Enderperle. Ich kann mich... Ja, oder? Ja, wir müssen doch. Die haben doch gar nichts, oder? Warum greifen die uns denn nicht an? Hallo, Kollegen. Wenn wir selbst nichts haben. Wir töten die jetzt. Komm. Es wird voll easy. Sag dir das. Ja, ist er. Äh, erst der rechte. Okay. Weil wir müssen auf einen gehen. Ansonsten haben wir ja gar keine Chance. Wir gewinnen, Cornel. Warte, jetzt mache ich hier voll den Trick. Nein. Pass auf. Der hat noch Eisenschwert. Pass auf. Der hat auch noch Holzschwert. Fuck, ich bin... Ich muss weg. Nein. Ich bin tot. Du bist auch tot. Nein. Ich bin nicht tot. Ah, ich habe mich teleportiert. Ich bin so ein Pro-Gamer. Du wirst doch so was dann sterben. Du hast keine Chance. Ah, ich dachte, die haben keine Waffen, weil die so... Aber das ist natürlich eine schlaue Idee, dass man seine Waffen erstmal nicht zeigt. Ich war so ein Pro-Gamer. Ey, Leben, regenerier dich. Ich, ich auch. Ich habe mich mit der Enderperle wegteleportiert. Ah, scheiße. Wir hätten den einen töten müssen, bevor der andere da war. Ja, aber der ist doch direkt gekommen. Aber die sind voll weit gekommen. Warum gibt es keinen Showdown? Aber das war mega Glück, dass... Oh nein, ich war in so... Es war sauglück, dass da die ganze Loot rumlag. Ja, ich weiß auch nicht so genau warum. Ja, der ist bestimmt den Berg runtergefallen. Da war ja voll die Klippe. Ich laufe jetzt auf die... Nein! Du bist gestorben. Warum brenne ich? Aus Spaß. Ich bin tot. Mann! Ey, das war voll die letzte Runde. Das war eine gute letzte Runde. Wir haben so lange gewartet, bis wir noch zwei gelebt haben. Und die haben uns dann getötet. Und dann sind wir gestorben. Das waren jetzt zwar die... Das waren die ultimativen Noob-Runden, aber wir üben ja noch. Geht ja um Entertainment. Also in Folge 100 gewinnen wir dann auch mal als Dritter. Eventuell. Ich war ja Dritter. Ich war Dritter. Das kann sein. Du nicht. Ja, stimmt. Du warst Dritter. Dann kommst du aufs Podium und ich nicht. Bin ich jetzt neidisch. Ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen. Hoffentlich war wenigstens der Entertainment-Faktor gegeben. Ja. Wir üben doch fleißig und im nächsten Fall greifen wir erneut an. Oder ich. Oder wer auch immer. Team Corle und Dexter greift an. Cornex. Fein. Okay. Gut. Klingt wie Büßle-Digel. I'm so Cornex. Cornex, Cornex. Cornex, bitte. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, würde ich auch sagen. Bis dann. Tschau. Tschüss.